Der JMGO N1S Pro verfügt über dasselbe Gimbal System wie die anderen Beamer der hauseigenen N-Serie. Eben jener Stand ist es, der den Projektor so einzigartig und flexibel macht, wie es bei kaum einem anderen Projektor der Fall ist. Gleichzeitig sieht man im letzten Jahr immer mehr smarte Projektoren, die die Gimbal nachahmen, wie etwa der Dung-Buy N2. Dieser kommt mit einer abnehmbaren Gimbal, die aber in den Produktfotos ähnlich verwachsen wirkt, wie es beim N1S Pro der Fall ist. Und wahrscheinlich soll auch eben genau dieses Gefühl vermittelt werden, der jeweilige Projektor ist ein immer und überall Beamer für jede Gelegenheit. Wir gucken es uns beim Original an, also bei der N1S Serie. Wohlgemerkt ist eigentlich die N1 nicht die N1S Serie das Original, aber es kommt aufs selbe hinaus. Los geht's. Die praktische Tragetasche des JMGO N1S Pro wurde bereits ausführlich thematisiert. Die Idee, die Tragetasche zum Transportcase zu machen, ist ebenso einleuchtend wie selten. Auch wenn andere Hersteller sicherlich auch viel Geld in die Entwicklung der Verpackung investieren, hat JMGO bei der N-Serie den Nagel auf den Kopf getroffen. Die auf den ersten Blick plakative Aussage trägt viel Wahrheit in sich. Für den MOGO Pro Plus habe ich mir direkt ein Transportcase gekauft. Das ist ja schließlich ein mobiler Beamer, der hat einen Akku, den will man mitnehmen. In dem Case konnte alles verstaut werden, was im Alltag benötigt wird, außer ein Stativ. Somit war es nicht ein Griff und man hatte alles im Gepäck, sondern es waren zwei Griffe und man hatte das Entertainment im Gepäck. Das Wort gekauft hat schon impliziert, die Tasche ist bei X-Jimmy allerdings mit Zusatzkosten verbunden. Das waren je nach Angebot 60 bis 80 Euro, auf Amazon ist sie heute gar nicht mehr verfügbar. Auch für den Dank bei Mars Pro gibt es eine solche Tasche, kostet ebenso 40 bis 60 Euro. Diese Kosten entfallen beim JMGO N1S Pro. Wer sich noch an die X-Jimmy Werbung erinnert, in der ein junges Mädchen gegen einen stämmigen Beamer Aufbau gewinnt, kann diese Situation jetzt etwas abwandeln. Und es tut mir leid das zu sagen, aber die X-Jimmy Produkte sind jetzt die, die länger brauchen um aufgebaut zu werden. Zugegebenermaßen, die N1S Serie beinhaltet keinen Beamer mit Akku, aber sie beinhaltet nur Beamer ohne Netflix Problem. Dazu muss man wissen, auf dem Projektor läuft Google TV, was den Beamer deutlich attraktiver für Netflix Fans macht. Außerdem erhält das Betriebssystem regelmäßig Updates, während andere Hersteller ihre Projektoren oftmals nach wenigen Wochen bereits vollständig vergessen haben. Doch der eigentliche Hingucker beim N1S Pro ist die Gimbal. Sie macht aus jedem Bereich im Haus oder Hotel eine gute Position, um den Projektor zu platzieren. Den Spagat zwischen stationärem Heimkino Beamer und dem mobilen Entertainment bekommen längst nicht alle Projektoren so mühelos hin, wie die N1 bis N1S Serie. Eine Sache soll nicht unerwähnt bleiben. Die Gimbal des N1S Pro kann nicht auf einem Beamer Stativ platziert werden. Das macht die Deckenmontage etwas schwerer. Wie einfach einem die Gimbal das Leben machen kann, ist schnell erklärt. Alles was für den Beamer Genuss nötig ist, ist eine freie Fläche und ein Platz nahe der Steckdose für den Projektor. Wie viel leicht, dass man mit der ab Berg verbauten Gimbal hat, zeigt der Versuch mit einem anderen Projektor. Der X-Jimmy Ryzen Pro kann mühelos auf dem Platz aufgestellt werden. Um ihn aber in Position zu bringen, müssen erst Materialien untergelegt werden, damit der Beamer etwas mehr nach oben projiziert. Der JM Go N1S Pro hingegen wird in Position gedreht und auf die Wand ausgerichtet. Keine 10 Sekunden später kann man die Keystone-Korrektur durchführen und das Bild genau anpassen. Es ist keine Reise ins Disneyland nötig, um festzustellen, wie praktisch JM Go den N1S Pro und seine Brüder konzipiert hat. Wer den Heimkinoprojektor während dem Urlaub nicht zu Hause verstauben lassen will, nimmt den in diesem Fall einfach mit. Die Gimbal wird für viele sowohl als Alleinstellungsmerkmal gelten, bei klassischen Home-Cinema-Eigentümern, aber gegebenenfalls auch für Skepsis sorgen. Welches System richtig für den eigenen Alltag ist, wird jeder selbst am besten wissen. Ihr habt noch Fragen zur N1S-Serie, dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Timon für die NerdBench.